Als Rekrut bin ich wieder unterwegs auf Kanal, damit herzlich Willkommen zu RainbowSucceed. Leider ist Rekrut, naja konnte ich nicht Twitch nehmen, weil mir Twitch geklaut wurde. Vom selben Typen glaube ich von der Runde von gestern nämlich, äh vorgestern. Kommt alle zwei Tage, also naja ich nehme es jetzt hintereinander aufzufolgen. Aber ja, ich glaube das ist derselbe Typ, der Twitch spielt wie der von der LLM Gegner-Team von der letzten Runde. Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber, ja ich bin hier unterwegs als Rekrut Spessler und ich muss am besten noch eine Runde, oah man, ich bin's grüßt mit der Drone. Äh, ich muss am besten noch eine Runde gleich spielen als Rekrut, eher mit Spessler, als für eine Challenge, also eine Challenge mit drei Runden als Spessler. Das ist jetzt Runde Nummer 2, wenn ich noch eine Runde spiele, wo ich denn die drei Runden, ist die Klamm kaputt? Während den Wissier kann man kaum gucken ob's bravend, weil wir da sind. Ich geh aber vom Dach. Sollt man mal zahlbecken gehen, ins Loch. Kann die dieses Schiff überhaupt noch fahren? Ne, wahrscheinlich nicht mal, so wie es auch So, jetzt hat hier eine Füße gehabt Das ist so perfekt, dass wir das überstehen Schillen die alle hinten? Ah Ich mag keine Waffen ohne Aufsatz, da hab ich dir Schnauze gesagt Okay, band das ganze schon wieder alle Ich warte, bis jemand rausspringt, du meinst du Averroapult Der Scharfer ist nicht länger in deinem Besitz Jawoll Ah, okay mit der Schlittergranate Tja Selber schuld Ist klar Geh nicht rauf, banded Aber was rennt der aus? Ein Gegner übrig Hätte er sich früher machen können Mit der Recruit 2-1 gegen 1 Ja Geh es genau, Recruit Mit der Pumpe Also er kann es schaffen, ne? Er kann es schaffen Er hat zwar jetzt nicht so viel Zeit, dass er es sich erlauben könnte Jetzt noch großartig mit der Drohne zu fahren Boah, ich glaub die Ash war sogar am planten, als er das jetzt wurde Boah, der Recruit muss nur planten Du planten Entscharfer ist jetzt gesichert Plant it, plant it Jawoll Braver Recruit Ganz braver Recruit Bomb am Entscharfung eingeleitet Tja, genau das wollte ich machen Also Würde ich machen, mein ich Ich weiß nicht, dass er jetzt gerade schon deaktiviert hat Sehr gute Taktik, aber Das ist jetzt nicht der optimale Blick Ich hab das Gefühl, der ist sogar gerade am Entschärfen Da ist er! Wir Lauf Nein, das ist bewirken Jawoll! Hat er ihn noch erschrocken Durchrang Blät Resort Als Erste, es habe besucht Dut Besitzel sind die überhaupt alle meine Team Nummer 15 Anfänger Ja ok, auf dem rev kommt myös A Un st Streng genommen. Warte, wer ist denn Spessnass? Was hat denn Spessnass? Ja komm, mach ich mal. Mit der Pumpe. Ich hab gesagt mit der Pumpe. So, dsl-davis-1&1 Jetzt vielleicht nicht machen sollen, weil ich in der nächsten Runde die Twitch nicht bekomme. So, möchte jemand telefonieren? Ich find's wohl witzig, dass man sich halt neigen kann, während man E-Training oder so raus hat. Das ist ja auch im gestrigen Stream, also gestern Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja auch sehr gerne gemacht mit Kontaktgranaten. Ich hab jetzt KW auf meinem Hauptgefang. Haben wir die ganze Zeit mit Kontaktgranaten. Haben wir die alte Poké-Bälle. Also haben wir so gesagt, das sind Poké-Bälle. Hier, wer will einen Poké-Ball haben? Das ist mit so einer Hand. Aber ja, jetzt telefonier ich. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich hab noch mal eine Verstärkung sogar. Ich will mich hier so vercampen eigentlich. Und wenn dann... Ich geh von der Treppe... Bam, 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 bam. Warte, hab ich hier so ne Cam? Moment, von der Cam unten. Wo ist die? Ja, hier. Das ist ein Cam, wenn jemand kommt. Das wäre der Plan. Und, kommt einer? Und, kommt einer? Oh Gott, ich hab Vendix-Send. Ich hab die gar nicht gesehen. Files-Scans? Nice. Der Vendix-Spawn-Trapped. Der Vendix-Spawn-Trapped auch. Ja gut, mit der Pistol-Spawn-Trappen ist das keine gute Idee. Ich hab ein bisschen Problem damit, mit dieser Pumpe, dass sie halt, weil sie halt halbautomatisch ist, dass sie so wenig Schuss hat irgendwie. Okay. Aha, hier wurde aufgemacht. Sie sind vom Job gegangen, oder wie? Hä, wie sind die denn gelaufen? Also ich versuch so ein bisschen zu rekonstruieren, wie die Ash. Oh, dann. Was zum? Verletzt. Aber das war grad sehr schlechtes Pump-Mame. Das geb ich zu. Aber Pump... Na ja, Pumpguns sind nicht so meins. Ich mag nicht so die Pumpen. Ich hoffe, die ist verreckt und wurde nicht geheilt. Ich weiß, dass ich nett bin. Das war doch hier. Ja, da liegt mein Leiche. Ach, da war ein Boot zu verräten. Ich hab die Ash noch lebt. Der Ash noch lebt. Ich merk schon, wenn ich nach der Sistung hebe. Oh, das ist ja. Ich hab aber auch nur Spawn und ich hab mal... Ich hab aber auch nur Spawn-Trap am Team. Okay, der Ash, okay, er belebt. Tja, nur noch 15 Sekunden. Ich hab' den Assisten. Ich hab' den Assisten. Ich hab' den Assisten. Mein Paddy. Zwei Kills für Assisten, zwei Tore. Und zack, wir haben gewonnen. Geil. Wir haben die Bomben geschützt. Wow, tolle Wiederholung des Rundenendes. Boah. Oh, das passt. So, jetzt hab' ich auch meine 3 Runde als Spasmus. Nein! 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 Du bist so rund! Gib den! Mann, das war ein einziger Opfer-Halter. Der ist, glaub' ich, Level 8 oder so. Der hat doch mehr als einen Opfer-Halter. Ja, dann spiel' ich jetzt mit Schild, ganz ehrlich. Selber schuld. Moment. Ja, Moment. Hier, Level 8, ja. Welches Level ist der Typ? Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Das war mit. 75. Das ist eigentlich noch richtig easy Spiel für ihn. Der ist ja ungefähr mein Level. Ich bin jetzt Level 90 geworden heute. Wie gestern. Also, ich bin gestern Level 90 geworden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Was hat die andere Bombe hier? Wo ist die? Der Drohne hat eine Bombe logisiert. Oh ja, das ist kaputt. 5 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Oh ja, und wie das Punkte gab. Alter, 1200 Punkte. Interessant. Rollst du? Das stimmt ja noch mal auf dem Clips. Wir schaffen das. Auch wenn wir einen Rekrut mit uns haben. Also, in echtem kann niemals jemandel einen Rekruten in den Kampf schicken. Das Rekrut üben. Ihr müsst belehrt werden. wir müssen sachen beigebracht jawoll alter ins gesicht Leute sind erschlafen und gerötet ach so ich hab den Typen verletzt und der fand und ich bin dieses kreuzer so ja komm e e tot und nein der nein selbe Punkt nein wer ist noch er ist noch ich bin MVP ich hab mal Rekrutenchild wird noch MVP obwohl er 8 Kills hat dann sei ich gecarrigert tja man ich bin MVP ich bin in dein Gesicht ich bin in dein Gesicht ja ich bin MVP so noch die Challenge geschaffen holen wir uns jetzt noch einen neuen Operator ich hab 470 ansehen wenn wir uns ja schon fast 2 Operator holen aber nur fast oh ja 1 Operator mit Aufsätzen also ich finde lieber habe ich Operator mit Aufsätze als halt mehr Operator ohne Aufsätze so wen gönne ich mir denn jetzt boah so ein Sledge weil das gutes Beispiel bei Montagne muss man halt nichts machen nichts upgrade mäßiges aber auch ein Jäger was ist Jäger komm aber ne es wird mir ja immer die Twitch weggepickt also brauche ich noch einen Angreifer der Puls wird mir ja nie weggepickt ich brauche halt immer eine Notlösung hier auf jeden Fall die DLC Operator Ohhhhhhhhhh oh das ist jetzt ne schwierige Frage Firmheit oder Sledge my IQ man Komm, Fletch, können wir uns auch das tolle Video anfinden. So, gucken wir uns mal das Video an. Auch wenn das irgendwie so ein komischer Winkel ist und er irgendwie hier diese Wände aufschlagen kann. Aber im Spiel natürlich nicht. Nicht im Spiel kann er, aber er schlägt dagegen. Ist er offen? Oder passiert nicht? Sonst passiert nicht, dass er jetzt mehr an der Team schlägt. So ist auch Spezialeinheiten in den Hammer. Na gut. So, probieren wir uns mal ein paar Sachen. See, Lauf, Griff, dies, das. Leider habe ich nicht genug Ansehen für dies, das. So, Compensator mache ich auf Sub. Also dies, das für die Hauptwaffe habe ich. Also habe ich genug Ansehen. Ne, jetzt habe ich noch 35 Ansehen. Aber halt, dass dies, das. Äh, für das SMG habe ich natürlich nicht. Moment. Na, Moment. Ne, fast SMG. Kann man ja auch nochmal dies da dran machen. Dann kann man hier so ein Holo ran machen. Noch so einen schönen verlängerten Lauf und... Eingriff. Und für nichts habe ich Ansehen. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. In dieser Runde gibt es dann schön viel Sledge Action. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.